Okay, das können wir hier machen. Ja, klar. Kommst du ran? Ist ein Automat. Ja, komm hoch. Achso, ich wollte gerade hier unten. Aber okay. Ja, wir können ja jetzt mal hoch. Das Ding greift nicht mal an. Ich check das nicht, wann du da mitkommst und wann nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist ab und zu mal ein bisschen verpackt. Nein! Okay, wir müssen aber auch was. Oh, schon wieder was gefunden. Das ist aber gut. Das ist aber so geil hier. Also... Es ist nicht viel, aber... Das können doch nicht mehr sein. Oder so. Ah, warte! Ah! 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 Okay, ich glaube, das ist jetzt nicht fertig. Also, wo finden wir diese Salvaged Interface im Schlips? Ah! Keine Ahnung. Ich habe jetzt den Station Transponder. Configure your own Station Deployer Probe. Aber keine Ahnung, wo du den jetzt verwenden sollst. Also, wir sollen hier irgendwo... Into the Space, ne? Da sollen wir diese Chips irgendwo finden. Aber ich glaube nicht hier. Oh! Ich empfehle aber zwischendurch auszusteigen. Ja, es gibt nur ein Ende. Es gibt nur ein Ende. Es gibt ein Ende? Ja. Also, wir müssen wahrscheinlich irgendwann mal so in solchen Asteroiden rumfahren oder so. Rumfliegen. Und irgendwo müssten dann... Also, in welch diese Weltraumfelder... Weil da müssten ja irgendwo dann so Chips auch sein, die wir finden könnten. Weil der Typ, dieser Bingui findet, das wird Chips finden. Funny. Schwisch. Oder eine Produktplatzierung. Oder eine Produktplatzierung. Was? Ich hab's gesagt. Okay. Wollen wir jetzt erstmal zu dem Schiff... Also, diesem... diesem... einem Schiff rumfliegen, das hier noch im Orbit rumkreist? Oder... Erstmal Station. Station. Ich weiß nicht. Station. Okay, ich geh dann genau hoch, beam ab. So, wie machen wir das jetzt in der Station? Ich hab keinen Plan. Erstmal zum Heimat... Turm, glaub ich. zu unserem Heimat... Denk. Ich hab jetzt irgendwelche... Guck mal, ich hab jetzt irgendwie so Weltraumkram. Ich hab hier so... Komponenten. Ja, ich hab auch was. Das ist alles für, glaub ich, für Craft... Also, alles für Crafting für diese Mechs. Ja. Ja. Oder Waffenteile halt, ne? So halt. Nee, nee, das ist... Ich hab die Sachen alle für... 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 Das ist alles... Ach... So, mach mal aus. Und was können wir jetzt mit der Station machen? Müssen wir es hier an. Kannst du vielleicht das mal Ding an mein Kuss geben, um ich mal lesen kann? Keine Angst kriegst du dann noch wieder. Nicht platzieren, mir auch noch Kuss geben, danke. Ähm... ich glaube das musst du halt benutzen ich glaube du gehst jetzt einfach hier irgendwo hin und benutzt das mal Connection to sail, unable to establish high bandwidth connection to sail to drive from your ship achso ich muss jetzt auf mein Schiff und von da aus probieren mach das vielleicht hier im Orbit ne ja ok ich würde sagen schon bei unserer Welt oder? ja jetzt muss ich nur wissen wie ich da nochmal hinkomme also ich müsste ja eigentlich jetzt auch gucken können wo du bist oder? ja also eigentlich oder kannst du mir die Koordinaten von dir geben? du hast doch eh den Bookmark ja ich glaube der ist auf dem falschen nein du hast doch von dieser Flagge die Flagge hast du doch irgendwie markiert ja zu diesem Punkt fliegt du mit dem Schiff genau sorry es leckt gerade nein 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 keine Rückmeldung scheiße bitte nicht die Aufnahme okay es ist wieder da es ist wieder da es ist wieder da es sieht nicht gut aus die Maus ist da ich kann es bewegen aber ich kann dir gerade nichts anwählen nochmal neu rein ähm Bockmark Heimatplanet so da ist der aber ich kann mich da nicht hin ach so ja jetzt weiß ich wieder ich muss sehen ja das war jetzt nicht so ja ich komm da nicht hin ich kann nichts hier machen ich komm hier nicht aus der Karte gerade raus also jetzt hier weiter raus warte ich muss das anders machen okay das probiere ich jetzt so selber ähm ähm ah jetzt weiß ich warum jump so ich fliege hier erstmal hin ey ich war gerade den ganz kurz halb afgat ja ich hätte das Problem dass ich halt äh auf dem eigenen Planeten nichts machen kann weil der bei mir im System ja noch gar nicht erforscht ist und jetzt hast du es jetzt gemacht? ich hab mir die Route gemerkt die er mir jetzt vorher angezeigt hat und bin jetzt selber nachgegangen das ist ganz einfach wenn das jetzt der Planet ist muss ich aber erstmal genauer gucken der heißt irgendwie Milfark irgendwas das sieht nicht nach unserem Planeten aus aber egal das ist nämlich hier gar nicht unser Planeten das ist nämlich hier gar nicht unser Planeten oh ich muss noch einen weiter ja hier ist gar kein Planeten wo ist unser Planeten? Planeten ach wir wo ist unser Planeten ach wir wo ist unser Planeten Planeten ich muss ja erstmal in die Umlaufbar wo ist unser Planeten es sind ja Sterne zwischen denen wir jetzt gerade reisen hier sind ja wo ist unser Planeten zwei vollidiotene Welterauben ach 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 so so jetzt müssen wir in der Umlaufbahn verpässt dich du Dreckskasse wir sind immer noch nicht in der Umlaufbahn doch wissen sie ja ich hab nichts geklickt die war halt nicht in der Umlaufbahn ja wir sind ja auch in der Umlaufbahn nicht in den Planeten wir waren in der Umlaufbahn von dem Stern ach so ich dachte mal um das kommt immer zuerst einen Stern und kann sich dann immer weiter Porten soll ich jetzt mal okay wir sind immer noch nicht mehr bei der Umlaufbahn der war nicht mehr ja ich hab so ein kleines Problem immer mit der Karte die backt halt ein bisschen das ist voll nicht okay ja jetzt backt es schon wieder uh lala eh ne ich hab mir nur Saur 3 Gamma irgendwas aber nicht den ah das ist glaube ich der Spawn Planet von mir wie heißt der wie heißt der vielleicht die wir brauchen ja MIRF MIRFAK EXPANCE 2 wir müssen über dein Schifter hin du hast es als Speicherpunkt drin ich hab das hier nicht mit drin aber 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 ich hab mir das jetzt das Buch mal gespeichert ne ja Waffstation ein bisschen wenn wir wieder hinkommen dann gib mal gleich mal wenn du da angekommen bist dann gib mal die Koordinaten durch damit ich wieder zeitbar speichern kann wenn du willst du nicht fahren willst du das nicht mehr weil bei mir bleibe soll ich nicht die Koordinaten nennen ach so du kannst du die Koordinaten jetzt schon nennen ja na 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 ooooh ok so also oben ja minus 4 4 8 3 3 6 6 2 2 4 4 5 3 3 4 4 unten minus minus 5 5 7 7 3 8 8 5 5 1 1 6 6 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 Das, was ich gerade erst hatte mit der Route, das war leicht hier rauszusuchen, aber hier... Das ist so unnormal viel. Ich hätte das nie gefunden. Niemals. Mein Gott, Mario, es ist einfach so schnell. Du siehst ja mit dem ungenensten Stern, dann nehmen wir vorbei Rasen. Ähhhhhhhhhhh... Das ist der wichtige Plan jetzt. Ich glaube, ich bin hier an den Koordinaten etwas verrutscht. Ja, du bist nämlich immer noch nicht... ... haben so'n Planeten. Nee, dann ist das der da drunter. Party hot, Party hot. Party hot. Ich bin zu oft davon. Ich bin sie. Also halt Treibstoff. Ja, du bist doch jetzt nicht mit Treibstoff. Du bist doch im selben Sonnensystem, oder? Ich glaube, das ist noch der falsche. Als ob du nicht im... Ah, was? Was machen wir da? Nee, die Planeten ist nicht anders. Ich bin, glaube ich, im Stern verrutscht. Weil ich mal ganz kurz mit der Maus bewegt habe. Kacke. Ist das nicht unser? Nee, wir müssen noch einen weiter. Nee, ist das nicht mehr, fuck? Nee. Ist nicht. Ist das dein fucking Anteil? Mir fehlen wir jetzt ein bisschen von dem Treibstoff. Okay, dann gehen wir jetzt hier runter. Komm, wir brauchen Planeten. Also nicht Planeten. Wir fliegen sonst dem zu so'n, äh... Wenn das hier geht. Wenn ich mit dem fliegen kann. Da, zu der Treibstoffkörner, dann holen wir schnell. Treibstoffkörner, dann holen wir schnell. Treibstoffkörner, dann holen wir schnell. Mein Gott, Fee, kann das denn so schwer sein? Irgendwo hier ein... Du musst doch irgendwo einen Aldi geben. Ja, ich muss einen Treibstoffkörner holen. Ja, ich muss einen Treibstoffkörner holen. Das war ein Mond, ne? Ja, das waren diese lilan... diese lilan Treibstoffkörner. Das ist das Astruinenfeld. Lila Astruinenfeld, oder sowas. Wir sind traurig. Wir sind traurig. Halt auf. Halt auf. Haben wir ne Chance kriegen, das vierte Ding jetzt? Oder sind wir damit langsam rum? Alles auf. Da. Geil! Geil! Da auch was du kannst. Du kannst nicht so schweben. Ach du Scheiße. Ich der Kopf werden dann sterben. Ich glaub das ist echt nicht gut. Nein, das ist echt kacke. Aber das ist ne dumme Idee. Ja, ich merk's. Ach, hallo. Nicht so schnell, aber ich bin da oben. Ich bin da oben fläche. Ich auch. Es ist schon lustig, aber wenn du gleich den Dinger komm komm, ich verpiss mich sofort. Ja. es ist cool wenn ich die dadurch töten könnte aber ich gehe nicht so weiter das ist wie sowas kann wir auch ich glaube die Dinger muss auch irgendwie auffüllen weil bei mir ist es so ein blauer Wagn, da bin ich immer weniger ja ja aber das fühlt sich immer wieder auf wenn du hier raus bist die Energieter fühlt sich immer wieder auf wenn du hier weg bist Oh Gott, oh Gott, so gibt es keinen Pfeil, der besteht Du kannst auch gar nicht mit dem Hintergrund abbauen, das ist richtig scheiße Du kannst nicht abbauen damit Oh, oh, die Wesen kommen Die Viecher kommen Ich bin echt vor dem Ding gerandet Kacke Ich kann so nach vorne springen, ich bin damit voll schnell Ich bin so alleine und ohne das Teil Aber du kannst so nach vorne springen, dann bist du schneller Aber ich habe kaum noch Energie, ich muss mich echt beeilen Vorher gerade deine Route Ich habe aber schon das Reich, um mehr weiter zu kommen Du brauchst auch immer so den kompletten Mond niedergemäht ne Jo Scheiße, warte, Alter Alter, kann ich damit weit springen, ey Oh, oh Stimmt, es gibt ja gar keinen Fallschaden hier Wo bist du hin? Ich bin scheiße schnell mit dem Teil Oh, oh Juhu Juhu Schubdösen aktiviert Also kannst du weit springen mit denen Ich komme gerade absolut gar nicht in deine Nähe Ich glaube ich bin eigentlich 92 Mal schauen, dein weiteres Video Okay, Barteles War noch voll ganz ähnlich Ich spring deine Terre hier rum Ja, danke Ich glaube es ist so schön, dass du auf mich wartest Ja ich habe die ganze Zeit weiter nicht Ich hätte einen Vergleich weil ich hier wieder schneller ist und zu Fuß unterwegs der Kugel zu meiner Position für die ganze Zeit machen so die Zeit ich muss gleich raus, meine Energie geht nach down ich gehe gleich hier weg, meine Energie ist fast down ah, ich höre dich komm bei dich, dann geh ich sogar was weg aah Mario Hallo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020